Willkommen 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 zum neuen Part Let's Play Market 8 Deluxe für die Nintendo Switch. Wir machen jetzt endlich weiter hier. Endlich weiter machen wir nur mit einem neuen Part. Let's Play Mario Kart 8 Deluxe. Heute im zwölften Part von Let's Play Market 8 Deluxe. Wir sind heute wieder aktiv. Mit gewinnen hoffentlich, denke ich mir doch. Wir machen heute Elmo Crossing Cup. Das ist geil. Oder Crossing Cup. Oder heißt der Elmo Crossing Cup? War ich nicht. Ich glaube er heißt Crossing Cup. Okay. Heute möchte ich nicht so viel reden. Ich möchte nämlich heute mal dann ausprobieren. Weil bei ihm gleich hier das... Kann man nicht sehen. Ist egal. Ist ähm Knister rum. Und das möchte ich mal eben ausprobieren. Und dann kann ich eben mal cutten. Und hier eben. Ich mach einfach hier eben. Aufschalten hier. Das Gute ist es kann sehr einfach hier sehen. Also einfach sehen hier die Klappe wie man es aufmacht. Wie man es aufmacht. Genau Leute. Und jetzt... Nicht erschrecken. Jetzt wird es gleich ein bisschen komisch. Und ich kann nicht reden. Ich möchte eben noch was dazu sagen. Den Babypark mag ich sehr gerne. Ist einfach auch eine meiner Lieblingsstrecken. Nur jetzt kann ich nicht reden. Weil ich hier eine Vollladung Knisterzeug in meinem Mund habe. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Wie wenn sie mir geschenkt. Wie geil ist das denn? Wie bowl soll ich eigentlich nehmen? Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Wieigrationού案 für chakra Einwaste im Mund meet in meinem Mund? Boah, Alter, wie sauer, ey. Aber richtig geil. Oh, und ich kann wieder reden, Null ist. Warte, ein bisschen leider machen noch hier und komm, ein bisschen zu laut, ein bisschen zu leider noch, genau, so, jetzt haben wir es, okay, aber es schafft, haben wir es schafft und, ja, hat mir Spaß gemacht, das zu kaum, um zu essen, zu essen. Ja, ich geil, so, 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 ja, geil, erster, ja, gut, ja, scheiß, holt mich, wie geil ist das denn, oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist auch echt ein Geist, streckenverlauf, Ländchen, das ist geil, Kiel-Land. Und ich möchte auch mal wieder ein bisschen leider heute, leider heute sein, leider heute, leider heute sein, weil ich möchte einfach, ob ihr die Musik hört und nicht mich, immer nur, wenigstens bis zur 2. Runde, heute jetzt nur noch die Musik. Viel Spaß, Leute, es übrigens, mit der geil-Musik, wie geil. Jetzt bin ich gleich. Jetzt bin ich. Tschüss, jetzt bin ich, jetzt bin ich. Hier,ceğinig. Ja, ich bin. Jetzt bin ich. Ja, ich bin. Das war schon. Wir machen uns gut. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Jetzt bin ich. Ich bin. Ja, ich bin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk Untertitelung des ZDF für funk Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 die Strecke ist auch geil hier und die erfordert aber auch geil, weil die ähm gewissen wie Kielse ähm Land oder Kielse ähm reich erentieren soll und sehr gut ist eine sehr gute Idee yeah ja vorbeste der Video genommen Geile Musik, man kann einfach dafür dafür echt mal einen Daumen hoch geben ich meine im Nintendo Video als die die Cups als die DLCs als die die DLCs vorgestellt haben als die die DLCs vorgestellt haben als die die DLCs vorgestellt haben würde ja auch einen Daumen hoch geben weil sie dich echt ruhe gegeben haben so hier steht ein geiles Spielchen und auch eine geile Strecke so das sieht auch echt auch echt lustig aber irgendwie erinnert mich jetzt ein bisschen an Zelda's Chaos Hort irgendwie sowas hin erinnert mich ein bisschen an Zelda's Chaos Hort der ist auch so ein bisschen der ist auch so ein bisschen der ist auch so ein bisschen pflanzig der Ort hier und in Zelda's Chaos Hort gibt auch so einen Wald und der ist auch so pflanzig wie er hier wie er wie er wie er hier so aufgeliefert wird wie er hier so aufgeliefert wird gute Idee ist mir gut die Strecke ist auch geil doch die ist echt gut die so schön jetzt spielen wir die schöne weihnachts die ist sehr gut hier wie geil ist das hier einfach alles gemacht oh komm voll schön hier ne voll schöne Dateien und auch hier voll schöne Dateien aus dem Wasser fallen hier eine schöne Idee von Nintendo echt eine klasse Idee ich wüns mir so sehr an Alien The Crossing ein neues Alien The Crossing auf jeden Fall das ist geil hoffentlich finden sie einen A3 Trailer an das mit Alien The Crossing zu tun hat so tun hat die auch ich würde mich echt auf ein neues Alien The Crossing freuen das ist mein Wunsch mit einem neuen Zelda Spiel ich wünsche mir ein neues Zelda und ein neues Alien The Crossing und Mario Party auch aber die zwei Spiele sind mir wichtiger aber gut das ist jetzt geil oh yeah ja geilste Teil einfach nur hier gemacht geilste Teil auf jeden Fall ja 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 komm ich hoffe ich es jetzt genau das ist jetzt echt alles gut hier die Mutti ist auch eigentlich ganz ok ist jetzt nicht so meins aber ist geil eigentlich schon sehr gutes Dreck auf jeden Fall ja das ist echt gemein aber gut ja nicht schlecht war es echt eine schöne Strecke doch war geil ja ja das war es dann mit diesem Part bis zum nächsten Mal oja Mario Party 10 am Vlog Fan dem gar servus bis zum nächsten Mal und tschau und das und das Knittertum war auch geil loo geiler geiler scheiß ab 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017